Es gibt Frauen, die es hassen, sich spät abends sehen zu lassen, öffentlich mit irgendeinem Mann. Doch es gibt für solche Zwecke wirklich reizende Verstecke, wo man nicht gesehen werden kann. Und wer da nicht bald ans Ziel kommt, der ist selber schuld daran. Eine kleine Bar hat immer irgendwo ein hinter Zimmer, wo der Kälter nicht so häufig stört. Wenn man dann erstmal nen Schwibs hat, man sofort die besten Tipps hat, wie man eine schöne Frau bekehrt, na und so weiter. Zärtliche Musik, die tut dann das Ehre dazu und sie spielt diskret und leise, mein Herz geht auf die Reise. Und dann kommt das Glück wie immer in das kleine Hinterzimmer und die Bar wird wirklich wunderbar. Es gibt Männer, die vom Küssen und der Liebe etwas wissen, aber nichts von Diskretion verstehen. Die mit einer Frau soupieren und dann später renommieren. Ei, sei wirklich wunderbar, was geschehen. Solche Männer lässt man meist schon vor dem Hinterzimmer stehen. Eine kleine Bar hat immer irgendwo ein hinter Zimmer, wo der Kälter nie zu häufig stört. Wenn man dann meinen Mal nen Schwibs hat, kann so oft die besten Tipps hat, wie man eine schöne Frau bekehrt, na und so weiter. Zärtliche Musik, die tut dann das Ehre dazu und sie spielt diskret und leise, mein Herz geht auf die Reise. Und dann kommt das Glück wie immer in das kleine Hinterzimmer und die kleine Bar wird wunderbar. Zärtliche Musik, die tut dann das Ehre dazu und sie spielt diskret und leise, mein Herz geht auf die Reise. Und dann kommt das Glück wie immer in das kleine Hinterzimmer und die kleine Bar wird wunderbar.